So, wir sind jetzt hier im zweiten Hotel der Rundreise durch über Mauritius. Wir sind jetzt hier im Hotel Le Canonien und das ist der Eingangsbereich. Superschön grün hier alles, total ruhig auch wieder. Es ist ein Vier-Sterne-Hotel, wo wir jetzt gleich, wo ich euch rumführen werde und ja, da werde ich euch die ganzen Infos dann zu der ganzen Sache geben.